Und wir schauen es uns an. Warum seems denn immer noch something off? Was hast du denn jetzt schon wieder gesehen, Mädchen? Oh mein Gott. Was? Was hast du denn für Indizien dafür? Erzähl mal, Mädchen. Warte noch, das wird doch besser. Apparently are all the DNS servers getting hacked. Das Gegenteil haben wir in der Konsole gesehen. Wir erinnern uns. Ping? Vor allem die DNS-Servers haben übrigens nichts mit Roblox zu tun. Wenn ich jetzt schreibe ping roblox.com, dann wird eine Anfrage an irgendeinen DNS-Server geschickt, der dann für mich raussuchen soll, welche IP-Adresse ist überhaupt roblox.com und dann leitet der meinen Ping weiter. Das machen DNS-Server. Die DNS-Server gehören nicht Roblox. Und wir finden raus, dass es die IP-Adresse, die mir der DNS-Server zurückgegeben hat, und der Roblox-Server unter der IP-Adresse hat mir auch zurückgeschickt. Hey, ich bin noch da, mir geht's gut. Und hier so. Cool, oder? Warte, was hast du gerade eingeblendet?